Hallo, das ist Naruto 1986, herzlich willkommen zur Naruto Shipputa Ninja Storm, zu Part 28, und los geht's. Sehr schön. Wir haben zurückgekehrt. Oh, ich muss noch mal sehen. Ich muss noch mal sehen. Willkommen zurück, Lord Raikage, Lady Hokage. Lord Raikage, Lady Hokage. Wir senden Naruto und B.E. zu der Kampfspielde. Sie sollten Dinge umgehen, in unserem Wettbewerb zu bringen. Das war ziemlich drastisch, Lord Raikage. Shikaku, inform sie über die Situation der Kampf. Entstanden. Inuichi. Ja, ich bin bereit. Naruto und Lord B, kannst du hörst mich? Ich bin bereit. Die Wettbewerb. Ja, ich benutze. Ja, ich benutze. Ich erzähle dir, was passiert auf jeden Fall. Wie viel du kennst, über die Akatsuki? Mehr als du, glaube ich. Dank an unsere Visual Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu zu sein, wie wir zu künstlich, wachsen, wir müssen jemanden auch gegen jemanden. Ich hoffe, dass jemanden nicht zu kämpfen ist. Great. Also, wir kommen gegen einen Reanimated Ninja und die Pale Monsters. Also, alle sind noch immer in der ganzen Welt? Das ist richtig. Dann gehe ich auf die Insanität! Zeit, um auf die BATTLEFIELD zu kommen! Wenn du es durchführen und du siehst, aha, okay, das ist das Ende, dann weißt du, aha, das ist das Finale! Wow! Da tauscht du noch mal wieder! Kapitel 9, der Kampf der Kage! Kapitel 9, der Kampf der Kage! Okay! Das schlechte Gefühl! Es kommt von dort! Lass uns gehen, B! Naruto ist verrückt in einem hurry! Zumal der Typ! Okay! Okay! Und los geht's! So! Kaufen! Verarscht die mich jetzt langsam gerade? Hier! Endlich! Ich komme! Oh! 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 Ja, das ist... Gibt es da noch etwas? Hm... Ah, jetzt stören Brichbomben müssen noch ein paar mit So... So... Schwer Kleines Schockrappern Hm... Ja, ok, das reicht jetzt erstmal Wir wollen uns weiter auf den Weg machen Los geht's So... das ist Dieser Gefühl mich erinnert an die alten Tage Was ist das? Es bleibt die Ninetales unter Kontrolle. Die Macht der Ninetales unter Kontrolle. Ich habe nie gedacht, dass du so viel wirst. Ich wusste, dass er das kann. Er ist mein Juniur disciple. Das bedeutet, dass du deine Hatsache verletzt, nicht wahr, Naruto? Ja, wegen der Schmerzen du mir gelernt hast. Der Widerfall der Wahrheit mit B. Der Widerfall der Wahrheit mit B. Ich denke, ich mache schon mal das. Naruto. Es ist etwas, was ich dir fragen möchte. Das ist lustig. Ich möchte dir auch etwas fragen. Okay, das ist genug zu sprechen. Mit ihr zwei kombiniert, deine Kraft ist genug genug, um Naruto zu beobachten. Jetzt ist es Zeit für dich zu kämpfen. Okay. Ich dachte, wir waren immer noch zu sprechen. Sie sind kontrolliert, wie Puppets. Sie können sich nicht helfen. Können wir nicht anfangen? Danke. Kampfbeginning. Wo sind die Bilder? Kampfbeginning. Wo sind die Bilder? Ich glaube, ich nehme die Bilder. Ich nehme euch an. Ich nehme dich an. Ich nehme dich an. Oh Mann. Oh Mann. Ich denke, ich nehme mich an. Ich nehme dich an. Okay, BAM Und dich nochmal erwischt Und Oh Gott Und gewonnen Das war Sitachi Oh, tut mir leid Ich weiß, ihr könnt nichts dafür, ihr wollt nicht kämpfen, aber Ich habe euch Ich habe es geschafft, dich Aufzuhalten Kein Problem So 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 Aber jetzt Hört aber wirklich auf Hast du das Ball? Danke Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe, dass du schrecklich bist Und sterben um die Stadt und Sasuke 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 muss verstehen Die Schmerzen du auch durchgeführt Und wie weit du bist Willst du gehen Aber er will Die Schmerzen Die Schmerzen Das Gegenteil Das ist wirklich Das ist doch Hören Sie auf der Stadt Das hat er ihren Bruder zu verleten Das haben alle in der Stadt noch aus dem Kakashi und Captain Yamato waren schon mit mir Und ich habe Aber keine Ahnung der zu verleten dem indem ich Es ist Ich glaube, jemand mehr weiß Dann sag nicht jemanden in der Stadt über ihn. Es wird nicht verändern. Und auch... Ich lasse Sasuke mit dir. Ich würde ihn nicht anders machen. Ich wusste, dass ich richtig lasse es mit dir. Jetzt was? Ah, die Krähe. Warum... Warum in der Welt kam eine Krähe aus meiner Mund? Warte mal. Du hast gerade gesagt, dass du Sasuke für dich als ein Bruder zu sein. Oh, immer diese länge Laberei. Das nervt. Oh, immer diese länge Laberei. Das nervt. Oh, immer diese länge Laberei. Das nervt. Das war gut. Das war gut. Ah... Ich verstehe jetzt. Was war das alles? Was war das alles? Relax. Ich habe mich jetzt kontrolliert. Ich benutze ein Genjutsu in den Jutsu. Und das hat mich aus der Reanimation. Was war das? Schutz der Hidden Leaf Village. Hm? Ich versuche es, so dass die Krähe reagieren zu meinen Mangekyou Sharingan, und rauskommen. Was war das? Was war das? Ich wusste, dass Sasuke meine Augen für sich selbst um die reale Macht. Eterne Mangekyou. Was war das? Wenn das passiert, die Krähe reagieren würde um die Verabschung, um ihn zu sehen und Sasuke mit dem Genjutsu zu erheben. At least, das war der Plan. Der Plan? Aber warum hast du die Krähe in mich? Weil du sagst, Sasuke war ein Bruder zu dir. Also ich dachte, du warst der einzige, der ihn zu stoppen. So, Freunde. Ich beende jetzt den Part. Wir sehen uns in den nächsten Part wieder. Wir sehen uns in den nächsten Part wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr dabei seid. Gebt einen Daumen hoch, nehmt mir einen Kanal, dass wir nämlich nett von euch Dankeschön aus.